Let's go Lukas 7 Hast du gestartet? Ja Video läuft natürlich Einfach mal unser Spiel aufnehmen Lukas 7 Manchester City U.S. Real Madrid PokéMoney Let's go Machen wir morgen einen Schlaucher Und jetzt warum PokéMoney in Weiß Rihanna trifft Okay, let's go Luka Modric Steht mit Toni Groß Im Zentrum Und der einzige Spieler wird keine Beste haben Wachstum 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 HoPP Ist der Komma Der Blick auf seine Statistik Es schon beeindruckt Aber der ist unverdichtbar Ein Fщopus Oh. Abzeit. Luka, Luka, Luka. Ich werde mich bestellen. Es geht her traderisch ein, Murat. Für eure Höhle, Luca Lieben, die ist gerade voll am Fernieren. Uh, 1-0. Gar nicht. Ja, FIFA 23 auf der PS5. An einem 77 Zoll Sony Fernseher ab. 77. 77 Zoll, 1,90 Meter Diagonale. Absoluter Sony-Genuss. Und normalerweise ziehe ich mich ab in FIFA. Weil der mir jeden Tag viel versorgt und ich da gar keine Zeit zu finden. Nein! Nein, was mache ich für ein Fehlpass? Hast du Glück gehabt! So, Luca spielt immer den Hechtball auf den Elfmeterpunkt. Daher weiß ich, wo ich meinen Spieler hin muss. Zack! Wow! Und Schuss! Und Schuss! Uh! Ja! Das war knapp. Versuch mal größer die Kamera noch mehr zu skalieren. Hashtag iPhone. Und? Ich weiß, was er wünschen ist. Ich weiß, was er wünschen ist. Enke kommt in die Mitte. Und! Ah! Tschuss! Wuhu! Wuhu! Das war ein knappes Ding. Von Rüdiger. Antonio Rüdiger. Let's go! Von Antonio Rüdiger. Luca, ich bin mal Gas jetzt. Sonst ziehst du mich immer ab. Du hast ja auch die beste Mannschaft der Welt. Nein! Die beste Mannschaft der Welt ist natürlich... Bremen! Ja, der Bremen! Ja, der Bremen! Ja, aber Bremen haben wir die Champions League gewonnen, ne? Und wir haben das schon 14 Mal. Und wir haben das schon 14 Mal. Und wir verlieren den Baller doch. Dann. Und nach unten. Nein! Digga, wo spielst du den Ball hin? So, wieder vorne in den Elfmeterpunkt gestellt. Nein, nein, nein. Äh, eigentlich war ich so. Ganz squeaky. Doch, Pokémon ist am Ball. Let's go! Wie hab ich den denn noch gekriegt? Hä? Was hab ich gemacht? Ja, ja. So ist das nämlich, ne? So ist das nämlich. Was hab ich gemacht? Ich hab's gemacht. Er lässt seinen Gegenführer gegen den Weg. Geht alles auf. Oh. Luca, sieben, Luca, sieben. Was geht bei dir? Und... Tschüss! Uhuhuhu. Ich hoffe, Lukas Kopf stört euch nicht. Let's go! Ja! 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 Ah! Und wieder stetig, wie er durchspielt. Ich muss nur Bremsen machen. Und drüber schießt, weil es Pokémon. Let's go! Ob der Spieler lahm oder real aufholt und so ablaufen wird? Ja! Ein Haar, dann kann nix. Ey, das war the brownie. Aber mein Verteidiger scheinbar auch nicht. Wahnsinn, das ist ja Ballett, was sie da macht. Jetzt lauf! Okay, okay. War ich doch da, da war ich doch da. Ich hab gesehen, was du wolltest, ey. Aua! Nein, war kein Problem. Aua! Und aus und lauf! Komm, jetzt! Go, go, go! Ja! 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 Ihr müsst euch immer fleißig am Pokéball bleiben. Und angezeigt, jetzt eine Minute danach. Ich will echt, ich kann doch bitte. Ja, genau. Immer am Pokéball bleiben. Let's go! Ja, wo ist der Ball? Mietz, 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 Mietz. Wo ist der Ball? Ja! Heizzeit! Luka steht wahrscheinlich immer so um. Ich werde einmal versuchen, die Kamera besser hinzustellen. Mhm. Es ist ein reiner Versuch, Leute. Einfach mal ein Spiel zwischen Luka 7 und Pokémon hier aufzunehmen. Das Ganze ist ohne Erwartung einfach auf Just for Fun passiert. Das Tor war ein Glückstor von dir. Nein, das war kein Glückstor. Doch, doch! Nein, nichts. Was glaubt ihr? Wie endet das Spiel? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Wie wird das Spiel enden? 5-0 für Manchester City. 5-0 geht ja gar nicht. Ey, ich meinst mit Real Life. Eine Mannschaft muss 1-0 gewinnen. Genau, das guckt man schon wieder durch. Siegt den Ball in die Spitze. Und... Nein! Schießt daneben. So eine Lusche. Wer ist das? Benzimmer oder was? Der hat den Ballantor gewonnen. Lücke und Dux, ne? Ja. Lücke und Dux, die hätten ihn beide getroffen. Bittenkult auch. Bittenkult auch. Ich bin mal gespannt, Leute. Max Kruse wird wieder in die Bundesliga kommen. Und sagte, dass ihm das Geld nicht so wichtig sei. Er möchte einfach in die Bundesliga noch was reißen, um dort seine Karriere zu beenden. Ich glaube, er kommt definitiv nach Brems zurück. Aus dem Ritte. Ja. Und gehört nochmal als absoluter Fan-Imming. Im Glanze von Pizarro. Ich habe gerade Hand genommen. Viel verzehlt habe ich. Nein! Dankeschön. Nein! Für real? Come on. Oh. 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 Digga, gib ihm die Fahne hoch. Oh. Oh. Und gib ihm. Oh, groß. let's go pokémonie ist auch voll gehypt junge 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 und ihr wirst team player macht keiner das so eine chance wieder zurück das rennstuhl noch holland lauf schwer letzter man ungenockt chili was ist denn los mit dir ich habe schon mindestens 3,4 gelbe karten verteilt rote karten aber luca spielt doch gar nicht richtig was hat ich habe gesagt was hat weil du brauchst ja erstmal seitdem ein spiel der braunie Ich bin ein Bandit. Ich bin ein Bandit. Ist doch Fallan. Ich bin ein Bandit. Ich bin ein Bandit. Und jetzt sind wir noch 20 Minuten zu spielen. Ja, ja, ohne die Mühe, den war er schon mal. Trittellisch. Das war der Hammer. Die Sportaktion sind lieb. Dann geht es direkt zu Gegner. Luca, was machst du denn da? Da würde ich jetzt den Torwart durch irgendwann so einen Rauch saufen füllen. Schuss, Torwart ist draußen. Ball rollt. Ach, hier kommt der wird schon ein Tor zurück. Momentan will ich hier eine Portation oder was? Wie kann der denn vor Ort? Hundert schwache Periode, hm? Egal. Ja. Müsst du nicht ein Tor schießen, um die dann zu veräppeln? Ja. Ja. Wäre es nicht sinnvoller, ein Tor zu schießen, um die dann zu veräppeln? Ja, das ist super. Ja, das ist super. Oh, das sind noch 10 Minuten. Sonst, wir würden nicht immer gegen Wetteklubsspiele haben. Ich ging gegen ein paar Token Bunny, nur viermal gewonnen. Einen Mieter, viermal gewonnen. Boah, Nachschluss kommt! Was ist denn los, Digga? Was ist denn los, Digga? Fack, gehen an raus. Super Sache, es gibt keine Handspiele bei FIFA. Keine Karte. Und die Braut, da ist die Braut. Okay. Einen Brauen Haar, hm? Okay. Mach ichs eklig, weiter gehts. Ich hasse Freistürze. Ey, ich kann doch stehen bleiben. Und du machst Nupfer. Und? Uuuuh. Habt ihr das gesehen, Leute? Haarscharf. 2 zu 0 vorbei. Oh, ich muss mich jetzt schnell vorschießen. Und das ist wie noch die Wettbewerbe. Was wird? Was wird das denn? Habe keine Ahnung, Entschuldigung! So, bitte, du möchtest immer auf mein Tor schießen. Wenn die Band ist von hinten, dass ich mein Tor schieße. Ahhhh... Grillet. Oh nein! No! Akadri! Er holt vier Geld in fünf Meter. Diese scheiß Scholldinger, Schüsse. Ich bin einfach abgezogen. Einfach kreisend abgezogen. Die letzte Scholl findet er jetzt drin. Jo! Toll wird er. Letzte Aktion. Damit gewinnt Pokémani das erste Spiel, das wir auf YouTube hochladen. 1 zu 0 mit Rihanna durch gegen Manchester City Hashtag Lukasin. Let's go! Ciao! 1 1 1 1